Methoden. Wir haben im Rahmen von Processing-Programmen ja bereits Prozeduren kennengelernt, um Blöcke von Anweisungen zu kapseln und mit einem Namen zu versehen. Und genau das gleiche Konstrukt gibt es jetzt auch innerhalb von Klassen, nur dort nennen wir das Methoden. In Java gibt es tatsächlich gar keine Prozeduren, die losgelöst von einer Klasse existieren. Das heißt, das, was dort in Processing geschieht, ist, dass die Methoden, die sie implementiert haben in einem Processing-Sketch, in Wirklichkeit Methoden einer Klasse sind, die nur unsichtbar war, die weggekapselt wurde. Und wenn wir jetzt also in regulärem Java arbeiten, dann müssen wir uns daran gewöhnen, dass es keine Prozeduren gibt, aber dass all die Konzepte, die wir für Prozeduren kennengelernt haben, übertragen werden auf Methoden, die dann wiederum in einer Klasse definiert sind. Diese Methoden sind also ebenfalls eigenständig benannte, einzeln ausführbare Anweisungsblöcke innerhalb einer Klasse, die ebenso wie die Objektvariablen in Rumpf der Klasse mit definiert werden, wobei die Objektvariablen dafür da sind, den Zustand von Objekten zu beschreiben, also die Eigenschaften, die Attribute, wohingegen Methoden die Operationen und damit die möglichen Verhaltensweisen von Objekten festlegen. Also Objektvariablen beschreiben den Aufbau, Methoden das für das Objekt mögliche Verhalten. Beides definiert in der Klasse, angewendet werden kann es dann nur im konkreten Beispiel von Objekten. Wie bekommen wir jetzt eine solche Methode, ich werde also ab jetzt immer von Methoden und nicht mehr von Prozeduren sprechen, wie bekommen wir eine solche Methode in eine Klasse hinein? Ganz einfach, indem wir uns irgendwo in dem Rumpf der Klasse eine Deklaration einfügen, die dann ganz genauso aussieht wie bei den Prozeduren. Das heißt also, wir beginnen mit einem Rückgabetyp, dann einem Bezeichner, dem Namen der Methode, dann in runden Klammern der Parameterliste, die natürlich auch leer sein kann und dann wieder einem Block, in dem Fall dann dem Rumpf der Methode innerhalb des Rumpfes der Klasse. An dem Beispiel hier eine Methode Print, die den Inhalt des Objektes auf der Konsole ausgibt. Und auch hier gilt natürlich, dass wir für die Bezeichner, für die Namen der Methoden, möglichst prägnante Namen verwenden, die gut beschreiben, was diese Methode denn macht. Die Bezeichner beginnen mit einem Kleinbuchstaben, so wie es ja auch bei den Prozeduren der Fall war und üblicherweise werden sie mit Verben, mit Tunwörtern beschrieben, weil das ja eben das Verhalten ist. Das heißt, dort passiert etwas, wenn ich eine solche Methode aufrufe. Hier nochmal als Überblick die Bestandteile einer solchen Methodendeklaration. Wir beginnen hier mit dem Modifizierer, den wir jetzt in Kürze kennenlernen werden. Klammern wir erstmal aus. Dann kommt der Rückgabetyp, also der Typ des Werts, den die Methode zurückliefert. Kann auch void sein. Dann haben wir einen Namen für die Methode. GetZahl klingt so, als ob dort irgendein Zahlenwert zurückgegeben wird. Dann haben wir eine Parameterliste, in dem Fall ein Parameter, wieder zusammengesetzt aus Typ und Name für die entsprechende Variable. Dann haben wir mit geschweiften Klammern eingeführt und beendet den Rumpf der Methode. Eine Return-Anweisung, wenn denn ein Wert zurückgegeben werden soll. Und dann irgendein Statement. Ich habe jetzt hier eine Notation verwendet, die wir hier noch nicht kennengelernt haben, bezieht sich auf Arrays. Aber grundsätzlich muss hier einfach nur ein Ausdruck stehen, dessen Wert nachher kompatibel zum Rückgabetyp ist. Die Klammern um den Rumpf sind Pflicht. Wir hatten ja schon Klammern beispielsweise bei Fallunterscheidungen oder auch bei den Schleifen. Dort haben wir gesagt, nach Konvention verwenden wir immer die Klammern, aber grundsätzlich sind sie nicht Pflicht. Bei Methoden sind sie Pflicht. Das heißt also, der Rumpf einer Methode muss immer in geschweiften Klammern eingefasst werden. Und solche Methodendefinitionen sind, wie eben schon angekündigt, nur innerhalb von Klassenrümpfen erlaubt. Wir können also nicht etwa irgendwo in der Datei, in der wir eine Klasse definieren, eine Methode definieren, sondern das muss schon innerhalb des Rumpfes der Klasse stattfinden. Es darf aber auch nicht eine Verschachtelung von Methoden geben. Das heißt also, ich kann nicht eine Methode innerhalb des Rumpfes einer anderen Methode definieren, sondern nur direkt auf der obersten Ebene innerhalb des Rumpfes der Klasse. In welcher Reihenfolge ich jetzt aber verschiedene Methoden oder auch die verschiedenen Objektvariablen innerhalb des Rumpfes definiere, ist zunächst einmal aus Syntaxsicht her beliebig. Ich kann also die Reihenfolge selber bestimmen. Es gibt aber ein paar Konventionen, die wir uns noch angucken werden, so dass wir dafür sorgen, dass es eine bekannte Orientierung gibt, nach welcher Reihenfolge die verschiedenen Komponenten innerhalb einer Klasse definiert sind. Gerade bei größeren Klassen macht das natürlich einen Unterschied, wenn ich mich darin zurechtfinden muss, wenn das Ganze nach einer gewissen Struktur sortiert ist. Aber keine syntaktische Pflicht. Wie rufe ich jetzt eine solche Methode auf? Das mache ich ganz ähnlich wie beim Zugriff auf die Objektvariablen, indem ich nämlich zunächst einmal das Zielobjekt angebe, für das ich eine Methode aufrufen möchte. Also auch hier, die Methode kann ich nicht für meine Klasse aufrufen, sondern nur für ein vorher schon erzeugtes Objekt. Dann habe ich wieder diesen Punkt, den ich ja schon von dem Zugriff auf Objektvariablen kenne. Und dann anstelle des Namens der Objektvariablen verwende ich hier den Namen der Methode und dahinter die Liste der Argumente, die wie bei den Prozeduren, wie wir es schon kennengelernt haben, kompatibel sein muss zu den entsprechenden Parametern aus der Methodendefinition. Hier haben wir dann wieder die runden Klammern, die wir ja schon von der Deklaration der Methoden kennen. Und die verwenden wir dann, um die Methode zu parametrisieren, die dann für das entsprechende Objekt aufgerufen werden soll. Das heißt, an den runden Klammern können wir auch erkennen, dass wir hier eine Methode aufrufen und nicht etwa auf eine Objektvariable zugreifen wollen, weil dort gibt es die runden Klammern natürlich nicht. In dem Beispiel hier, eine variable Bruch von Typ Bruch wird deklariert und mit einem Bruchobjekt initialisiert. Wir initialisieren zusätzlich Zähler und Nenner mit 1 und 9 und rufen dann die Methode Print auf, zu erkennen daran, dass Print von runden Klammern gefolgt wird. Auch bei den Prozeduren haben wir dann eine Call-Sequence betrachtet. Das heißt also, was passiert jetzt ganz konkret in unserem Programmablauf, wenn wir eine solche Methode aufrufen? Das lässt sich wieder runterbrechen auf genau die gleiche Struktur, die wir schon kennen. Das heißt, an der Stelle, wo wir eine Methode für ein Objekt aufrufen, wird das aufrufende Programm erst mal unterbrochen und wir springen innerhalb der Klassendefinition in den Methodenrumpf, befinden uns aber gedacht natürlich in dem Objekt, für das wir diese Methode aufgerufen haben, durchlaufen den Methodenrumpf, bis wir entweder das Ende des Rumpfes erreichen oder ein Return Statement. Von dort springen wir zurück an die Stelle, an der wir unterbrochen haben und laufen regulär fort. Tatsächlich kann ich aber natürlich dieselbe Methode mehrfach aufrufen, mehrfach hintereinander, mehrfach an verschiedenen Stellen und jedes Mal passiert genau das Gleiche. Ich unterbreche den regulären Programmfluss, springe in den Rumpf der Methode, durchlaufe den Rumpf der Methode und springe wieder zurück an die Stelle, an der ich ausgestiegen bin. In einem konkreten Beispiel würde das dann so aussehen, wenn wir zunächst unser Bruchobjekt deklarieren und initialisieren und dann die Werte für Zähler und Nenner initialisieren und dann den Methodenaufruf Print haben, springen wir von dieser Stelle hier direkt rein in den Rumpf der Methode, durchlaufen den Rumpf der Methode. In dem Fall ist es nur ein einzelnes Statement und dann erreichen wir das Ende des Methodenrumpfes oder eben ein Return Statement und springen von dort an die erste Stelle hinter dem Methodenaufruf und laufen dort weiter durch unser reguläres Programm. Der Methodenrumpf ist also ein Block. Damit gilt dafür genau das Gleiche, wie wir bisher mit Blöcken schon kennengelernt haben. Zum Beispiel können wir lokale Variablen innerhalb des Blocks, also dieses Rumpfes, deklarieren und können dann innerhalb des Rumpfes der Methode mit den lokalen Variablen arbeiten und die Lebensdauer von solchen lokalen Variablen ist dann natürlich auch wieder gekoppelt auf den Rumpf der Methode. Etwas Besonderes ist aber, dass ich auf die Objektvariablen des umschließenden Objektes ganz einfach zugreifen kann und zwar insbesondere auch ohne die Angabe des entsprechenden Objektes. Ich befinde mich ja in einem Objekt, wenn ich eine Methode für ein Objekt aufrufe und kann deswegen mit den entsprechenden Objektvariablen arbeiten, als seien es lokale Variablen. Betrachten wir das wieder an einem Beispiel. Hier nehmen wir an, wir haben eine Methode Vereinfache in unserem Bruch zusätzlich eingebaut. Diese Vereinfachung soll dann entsprechend kürzen. Das heißt also, wir suchen den größten gemeinsamen Teiler von Zähler und Nenner und teilen sowohl Zähler als auch Nenner durch den entsprechenden Wert. Wir tun hier mal so, als gäbe es eine Hilfsroutine, die uns den größten gemeinsamen Teiler aus Zähler und Nenner berechnet und dann speichern wir uns diesen Wert unter der Variable GGT. Und jetzt kommt das Besondere. GGT ist eine lokale Variable, die also nur innerhalb des Rumpfes von Vereinfache sichtbar ist, wohingegen Zähler und Nenner ja die Objektvariablen sind, die für das gesamte umschließende Objekt gelten. Aber auch hier müssen wir nicht den Namen des Objektes vorstellen, sondern können direkt auf diese Objektvariablen zugreifen, als seien es lokale Variablen. In dem Fall teilen wir dann Zähler und Nenner durch den Wert von GGT und aktualisieren damit deren Werte. Zähler und Nenner können direkt auf diese Objektivität und Nenner machen Sie das Schätlende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017